Hallo und herzlich willkommen an Marktplatz 7. Schön, dass du da bist. Wir befinden uns aktuell vor dem ehemaligen Spezial-Herren- und Knaben-Kleidergeschäft von Walter Falk. Walter Falk hat dieses Geschäft 1930 eröffnet hier am Marktplatz. Ich kann euch einfach mal ein Bild. Das ist ein Auszug aus dem Buch des Heimatvereins Goch. Das zeigt ganz klar das Spezialgeschäft. Da kann man auch den Namen Falk drüber lesen. Und lasst doch einfach mal den Blick über den Bildschirm auf die jetzige Hausfront gleiten und vergleicht mal beide Hausfronten. Dann werdet ihr ganz schnell erkennen, okay, es ist nicht das Gleiche. Warum? Goch wurde im Zweiten Weltkrieg so fast im Erdboden gleich gemacht. Da stand einfach kein Stein mehr auf dem anderen. Goch hat es sehr stark getroffen. Wir wurden sehr stark bombardiert. Und im Zuge dessen hat man eben halt nicht mehr, ich sag jetzt mal, die Häuser, wie sie früher waren, wieder aufgebaut. Sondern man hat die meisten Häuser einfach komplett abgerissen und neu drauf gebaut. Ich komme jetzt zu meiner Frage. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen, wie viele Fenster könnt ihr in der Hausfront Nummer 7? Auf das Haus zählt die Fenster auf der Haus Nummer 7 oder an der Haus Nummer 7? Und schreibt mir die genaue Anzahl der Fenster auf. Und ja, dann würde ich mich einfach freuen, euch gleich am nächsten Spot wieder begrüßen zu dürfen. Viel Spaß. Bis gleich. Bis gleich.